Martin, kannst du mal aufhören damit? Ich verstehe überhaupt nicht, was im Fernsehen gesagt wird. Das ist meine Nase. Martin, du schnaubst wie so eine alte Dampflok. Was ist denn los mit dir? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eine Erkältung oder so, eine leichte. Also, meine Nase läuft auch ständig. Ach, Martin, jetzt wirst du auch noch krank. Du siehst auch irgendwie gar nicht gut aus. Vielleicht mache ich dir besser einen Tee. Ach, das wäre es ja jetzt noch. Martin ist krank und steckt dann am besten die ganze Familie auch noch an. Bitte nicht. Emma, was ist das? Oh, ich glaube, wir sollten lieber wieder nach oben gehen. Das ist ein Monster oder eine Treppe? Ich gucke mal ganz vorsichtig hier um die Ecke. Hallo? Ach, du bist das, Papa. Ach so, Dombarmonster. Was sind das für komische Töne? Ach so, ja. Also, ich bin total krank, Emma und Hannah. Ja, meine Nase. Die ist ganz, ganz komisch. Ich bin erkältet. Die Rüsselpest. Aber du hast uns doch versprochen, mit uns zu spielen, Papa. Ach man, Papa, jetzt tu doch nicht so. Wir wollten doch spielen. Komm nach oben. Wir spielen Prinzessin und Prinz. Hast du versprochen. Martin, hier kommt die Tasse Tee. Ach Kinder, könnt ihr nicht mal den Papa in Ruhe lassen? Komm schon, Papa. Ach Kinder, Papa geht es wirklich nicht gut. Der muss sich ein bisschen ausruhen. Geht ihr doch schon mal hoch und macht euch Bett fertig. Julian, könnt ihr ja das direkt aussagen. Oh ja, runterrutschen. Brauche ich ein Boot? Nein, niemals. Runter. Hey, ich bin doch im Kreativmodus. Julian, wir sollen uns Bett fertig machen. Mama hat gesagt, Schlafenzeit. Zähneputzen und so. Ja, ist ja gut. Gleich, gleich. Ich mache das hier noch zu Ende gerade. Ach, Schatz. Ach, meine Nase. Vielen Dank. Ach, mir geht es schon. Kein Problem, Martin. Nee, mir geht es nicht besser. Gute Besserung. Danke. Ach herrje, dann muss ich heute wohl vier Leute ins Bett bringen. Vier Kinder. Hallo, Hannah. Ach, du liegst ja schon in den Federn. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Bis morgen. Schlaf schön. Das läuft ja wie im Schnürchen. Emma liegt ja auch schon im Bett. Mama, kannst du noch eine Geschichte erzählen, bitte? Komm schon. Heute nicht, Emma. Vielleicht dann morgen. Ich muss mich noch ein bisschen um Papa kümmern. Christian. Du hast anscheinend schon eingeschlafen. Das ging schnell. Julian, eigentlich solltet ihr ja schlafen. Was? Ich schlafe. Am besten ohne Laptop im Bett. Ach so. Mach das aus. Mama, komm schon, bitte. Also das Video, das geht nur noch. Was ist das? Da ist eine 3 und eine 0. So lange geht das noch. Julian, die halbe Stunde, die kannst du morgen noch weiter gucken. Der Laptop, der kommt jetzt weg. Gute Nacht. Dann schlaf mal schön, Großer. Na gut. Na ja, okay. Dann gucke ich mir das halben Morgen an. Oh Mann, oh Mann. Ich bin irgendwie doch schon müde. Oh, wer ist das denn jetzt? Ich kann hier nicht in Ruhe schlafen. Oh Mann, oh Mann. Leben da Schweine nebenan oder was? Bei diesen Geräuschen, da bekommt man doch kein Auge zu. Was ist das? Das muss ich jetzt mal prüfen. Aber ich muss mich auch irgendwie schützen können. Vielleicht ist das auch ein Monster. Ich nehme am besten hier so einen Bohrer mit. Ja, ganz gefährlich. Das ist ganz nah. Das kommt doch von hier nebenan. Also ganz, ganz vorsichtig mal gucken, was das so ist. Hä, was macht ihr denn hier? Eine Schweinefamilie bei uns zu Hause? Da passt doch irgendwas nicht. Oh Mann, das waren also die Geräusche. Okay. Julian, was machst du denn jetzt hier noch bei unseren Schweinen im Stall? Es ist jetzt Schlafenzeit. Wir gehen jetzt auch ins Bett. Aber Mama, seit wann haben wir denn Schweine bei uns zu Hause? Also das verstehe ich gerade nicht. Julian, das ist eigentlich nichts Neues. Du weißt doch, dass wir hier auf dem Bauernhof wohnen, oder? Und was soll das jetzt? Warum seid ihr denn alle in meinem Zimmer? Was wollt ihr hier und warum habt ihr euch hingelegt? Na, weil jetzt Schlafenzeit ist, Julian. Wir gehen jetzt alle schlafen. Was? Was? Wie Schlafenzeit? Naja, ich brauche ja keine Angst haben vor dem Schwein. Dann brauche ich den Bohrer ja nicht mehr. Naja, gut. Warum könnt ihr nicht in Hannas Zimmer? Julian, du weißt doch das ganz genau. Da sind doch unsere Kühe. Jo, na klar, na klar. Warum habe ich nicht gleich dran gedacht? Jetzt haben wir hier noch Kühe. Klasse, natürlich. Oh Mann, klasse. Mama und Papa haben überhaupt nicht gemerkt, dass du keine Kuh bist. Jetzt habe ich endlich mein eigenes Pferd. Oh Mann, oh Mann. Hier ist ja wirklich ein Kuhstall in Hannas Zimmer. Ich meine, in Hannas alten Zimmer. Was ist los, Julian? Warum stehst du da so und guckst so komisch? Wie? Was ist hier eigentlich los? Warum haben wir Kühe? Warum haben wir Schweine? Habe ich irgendwas verpasst? Ach Julian, du bist manchmal echt komisch. Wir leben auf einem Bauernhof. Natürlich haben wir Kühe und Schweine. Oh, Moment, Moment. Uno, Momento. Also, wo willst du hier mit deiner Decke hin? Nicht in mein Zimmer, bitte. Julian, natürlich. Ich gehe in unser Schlafzimmer. Wir schlafen doch alle in dem Zimmer. Das ist doch immer so. Nee, ich habe da eine viel bessere Idee. Einfach durchgehen, geradeaus durchgehen und dann an der nächsten rechts abbiegen. Da ist Emmas Zimmer. Da kannst du gerne schlafen. Oh Julian, du bist echt komisch. Die nächste rechts ab, das ist der Hühnerstall. Da wohnen unsere Hühner und unsere Gänse. Das weißt du ganz genau. Oh nein, Hühner, Gänse, das hat noch gefehlt. Oh, klasse. Oh, Julian, wir sollen doch jetzt schlafen. Jetzt leg dich doch endlich mal hin, Mann. Ach Julian, wir liegen hier jetzt wirklich alle schon zum Schlafen bereit. Also Julian, leg dich auch hin. Pff, als ob ich hier jetzt noch schlafen könnte. Guckt euch das mal an, alle in meinem Zimmer. Nur weil wir einen Bauernhof haben. Also ich kenne Bauernhöfe anders. Oh, klasse. Ich sehe schon vor mir. Morgen früh weckt mich bestimmt der Hahn. Kikiriki! Ach, was? Ich bin ja schon wach, ich bin ja schon wach. Oh Mann, oh Mann. Julian, alles okay bei dir? Hast du schlecht geträumt? Oh, Gott sei Dank, es war doch nicht der Hahn. Mama, sind nebenan immer noch die Schweine? Äh, Julian, was für Schweine. Wobei, ich habe zeitweise auch gedacht, dass ein Schwein neben mir liegt. Dein Vater grunzt ganz schön mit seiner verstopften Nase. Oh, okay, ich habe geträumt. Also doch kein Bauernhof hier in der Luxuswilder. Wobei, ein paar Tiere würden hier eigentlich nicht schaden. Aber nicht alle in meinem Zimmer schlafen. Das geht gar nicht.